Stopp! Ich glaube, ich rieche was Vertrautes. Lazi! Lazi! Ich hab eine Idee! Komm mal da vorn ran! Du sollst da vorn ran fahren! Ich hab doch da was gerochen! Ich bin ganz sicher, dass ich was gerochen habe. Bist du ja? Meine Nase hat Ahnung. Was zum Henker? Was tut er da? Ich glaube, er fügt Blumen. Römisch-rot! Römisch-rot? Ein ganzes Feld voller Grass! Er pflückt dieses komische Kraut! Papyrus! Zu drehender Papyrus! Papier! Papier! Was für Papier, so wie das hier? Ja, das ist gut! Nur ruhig, lass uns ruhig! Diese Typen kennen den Wert gar nicht! Josephus, beeil dich! Halt das mal! Puh! Ist das ein Ding? Sie müssen jeden Moment hier sein! Keine Sorge! Keine Sorge! Wir sind jetzt bewaffnet mit einem mächtigen Joint! Mächtiger Joint? Halt den Schein! Na los jetzt, Mirabel! Schnell, sie dürfen uns nicht entkommen! Vorwärts in den Nachdenken! Oh, Mami! Wir müssen sie... Wir müssen... Ganz cool bleiben! Es funktioniert! Es funktioniert! Es funktioniert! Wir müssen ganz locker sein, versteht ihr? Alles ist cool! Lasst die Coolness eindringen in euer Wertebrei! Ja! Ihr Männer, geht nordwärts! Und ihr geht südwärts! Und ich werde hier... ...ein bisschen im Kreis herumgehen!